Ja, 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 no, when the whistle goes So, was geht ab zu einem neuen Vlog? Heute, übrigens, kommen wir mit, hier ist mein Hund. Hier ist mein Hund. Ihr müsst ihr sehen, wie ihr es im Glauben habt. So, so seht ihr ihn besser. Das ist mein kleiner Hund. Ja, und das ist eigentlich auch nur so ein kleines Infobieb. Ihr habt bestimmt Paluten alle, meine Freundin ist bei mir, Willi. Ja, Leute, das war's so, dass ich mit dem kleinen Vlog. Wollte ich nur sagen, ja, dass, ähm, heute kein Video mehr rauskommt. Und dann erst wieder Samstag ein rauskommt oder Freitag. Okay, dann, tschüss, Leute.